ARD Text im Auftrag von Funk Jojo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Barface Summit Futur Wir spielen jetzt mal den neuen Modus Bombenlegen Und das ist so wie suchen zerstören wie bei der... Oh fuck Oh, ich dachte ich könnte jetzt so... Oh, es lags schon mal erst am Anfang, wenn ich nicht so war Ich hab auch die Ding runterstellen müssen, die Grafik Die Grafik auch runtergestellt habe Es ist halt bei einem Mal, wo ich gespielt habe, hat es so dermaßen gelaggt Ich bekomme ja die Gegner wo Ja, gut, ja Hast du so? Aber ich bin bei zwei gerade alleine Rüber Ein Killassist, aber mehr habe ich bis jetzt auch noch nicht Sind wir ein Verteidiger? Ja Ne, Angreifer, wir haben die Bombe Ne, ist nur ein Verteidiger Ach stimmt Wir haben Bombe Boah, ich habe gerade zwei Kills gemacht, Alter Ich habe einen gesehen, aber der hat mich verstanden Jetzt haben wir's Bam, let's last kill Oh, ich hab's gerissen mit drei Kills, Alter Richtig hart Richtig hart Ich hab gar nicht gewusst, dass wir Verteidiger sind Musst du tun, dass du Verteidiger bist, was? Ich bin plötzlich bei Dingen gewesen, einfach Ach gut, der ist gestorben Ich bin kein Sanitäter, Scheiße Ich bin kein Sanitäter, Scheiße Boah, na klar Was? Das ist ein Sniper, Alter Wie er gewonnen hat, ey Häng dir Schüter an, du Bist'n du Bei zwei Ja, ich muss dich erst finden Achso Wir haben die Bombe platziert bei zwei Also 45 Sekunden Zeit Pass auf, da wo du bist, können Gegner jetzt kommen Aha, Noob Medic Ach du Scheiße Wir sind die letzten drei Ja Das sind aber noch Wir Hier Einen hab ich Achtung, hinter dir Nimm jetzt von links und von rechts, komm, ja Da Ja Deppich geholt, der wixner Achtung, da Ja, ich treffe dich Jawoll Achtung, da ist noch einer Pass auf, noch einer Achtung, da Ja, hab ihn Jawoll Ja, vier Stück Ha, geknackt dein Rekord meint Ja, ja Ja, ja Aufschießen die jetzt, so dumm Ja, wir spawnen warten, die Wichser Ja, wir spawnen warten, die Wichser Achtung, links Das ist echt gut Seh ich jetzt schon Seh ich jetzt schon Ja, wir sind noch einer Und die sind Sieben oder so Ja, wir sind noch ein bisschen Ja, Grandmaster Also, zeig mal deine Eier, Grandmaster Er ist tot Boah, nee, leck mich am Arsch Ich dachte, ey, der prägt jetzt Auge Jetzt ist er tot Jetzt ist er tot Alter, der ist doch richtig schwul, wenn die einfach schon beim Spawn warten Platziert die Bombe Ey, wir gehen zu eins Boah, ich warte erstmal ein bisschen Ach du Scheiße Das war hier, der von von NATO oder so Okay, der Ist ja, der ist also ein Camper oder so Eins ist einer Ich hatte bei zwei Und das wieder ist ein Scherz-Snapper Ja, da hinten ist er Ab ihn Ah, jetzt hat er mich von hinten Vorsicht, Markus, wo bist du da? Bei zwei Ich guck mal um dich rum Hä, das ist eigentlich geil Ich kann hinter dich gucken Haha, wie geil ist das denn? Es hilft übelst einfach Darum konnte ich auch wissen, dass hinter jemand ist Oh Ja, gut Das war jetzt doof Oh, da muss es nicht mal so schlecht Welcher Platz ist dritter? Oh, man Noch einer Jetzt mach was Nee, da NC, Andreas Wir haben die Runde verloren Die Bombe wurde entschärft Die Bombe wurde entschärft Inzwischen die Bombe entschärft Platzier die Bombe an einer strategischen Position auf feindlichem Gelände Runde beginnt Bombe aufgehoben Hä, warum? Rauswurf Was? Rauswurf Ja, dieser NC Andreas Rauswurf Keine Ahnung Wieso? Oh nein Man kann hier auch Roadkicks machen, geiler Scheiß Ja, kannst du Habe ich nicht gewusst Äh, willst du noch am spawnen? Ich bin bei 2 Wie kommen sie denn so schnell zu 2 Wie kommen sie denn so schnell zu 2? Ja Laufen Ja, weil jetzt campen den spawnen schon wieder zu Natürlich Darum bin ich immer so schnell unterwegs wieder Ja Den scheiß Sniper Oh ja Alter, der kommt um die Ecke und tötet Ist klar im Junge Ja Auf die Entferner brauche ich mit einer MP nichts machen Schau ich wollte ihn nur kicken, dass, äh, weil er die ganze Zeit den killt oder so Oh Gott Schau mal den Ja, Markus hat 3-3 Wolle aufgehoben Abstimmung, Grandmaster von Ach, die sollen aufhören mit dem Roadkick, die sollen kämpfen Echt so, nur weil er gut spielt oder was, ey Grandmaster? Nein Grandmaster Also 2. Der spielt richtig schlecht Ja, wenn ich schon Bombe platziert Aber spielst du noch? Lebst du noch? Ich lebe noch, ja Ja, sag doch was Ich dachte du weißt das Nein Ich gucke immer hinter dich Also hinter dir bist du safe Da ist noch einer Das ist so gering, dass die nochmal Nein, das sollten wir jetzt kriegen Den Punkt Feindliches Team eliminiert Runde erfolgreich Sehr gut Platziert die Bombe Ladeadeee Runde beginnen aufgehoben Dann wär ich da weggedrückt Ich weiß nicht mal wie man im Chat schreibt Äh, enter glaube ich Nein So ein Mist geworden, Alter Ist das stimme, ey Fick dich doch, ey Lebst du noch? Ja, nicht mehr Ich hab glaube ich die Bombe gehabt Ne, hab ich nicht Keiner von uns die Bombe? Nö Oh Mann Alter, jetzt gehen wir richtig mit dem Start-Testing-Mod Baaaaaalter Fick dich doch, Sniper Wann haben wir denn noch? Einen Error-Marker Super, der letzte 0-3-Echte Ja, was ist denn Nubis? Wir haben die Runde verloren Unser Team wurde gelegentlich Drei geworden Ah, GG Schon fertig? Jo Gut Ja, dann sehen wir uns wieder zu einer Reifel-Folge von Warface Mit Futur natürlich Jo War jetzt nirgendwo bei der Runde Also nicht so bei der Runde War jetzt nirgendwo bei der Runde War jetzt nirgendwo bei der Runde, ja genau Egal, aber das passiert auch so Das passiert auch mal Bis dann, ciao Ciao